Jawoll Und wieder abspeichern. Nur zu Vorsicht, Mann. Maßnahmen. Wir schleichen hier uns doch mal weiter. Wir haben immer noch Hunger. Warum haben wir immer noch Hunger? Tatsache. Boah. Also wenn das unter 100% ist, also wenn das 0% ist, dann haben wir Hunger. Das muss auf 100% sein. Hunger 100%, warum auch immer. Das hätte er ja etwas anders machen sollen, aber... Man kann ja nicht alles haben, ey. Ey, gell. Rohs Fleisch könnten wir essen, können uns daran aber auch vergiften. Von daher lassen wir es mal lieber. Essen so ein... Wir haben gleich nichts mehr. Okay, wir haben noch ein Brot, aber das war's auch. Scheiße. Solange geht uns da Zeug aus. Hm. Ist hier was? Ich glaub nicht, ne? Äh, nein. Hier ist nichts. Okay. Dann lasst uns mal weiterschleichen. Mal sehen, was hier ist. Noch mehr Fledermäuse. Ja, nee. Ist klar. Jetzt bräuchte ich verhindern. Du siehst gleich, was ich meine. Ich spreche ja schon mal. Was ist das? Es ruft nach mir. Wir haben unseren Fuß. Yeah. Verdammt, ich hab nicht getroffen. Nochmal. Du hältst viel aus. Wieso kannst du einen Rodar? Hä? Ja. 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 Oh. Heilen, 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 heilen. Kleine Heilung. Sehr gut. Geringe Ausdauer. Meinetwegen auch mal reinploppen. Und Zaubertrank der Stärke. Ich bin mit neuer Stärke gefüllt. Ja. Ein Drachenstein. Und das ist er. Und dort ist die Karte von Himmelsrand mit denen. Und da steht was auf Drachisch. Und das nehmen wir sofort. Das Schwert. Können wir nämlich verzaubern. Auf Eis. Zum Beispiel. Und in der Truhe finden wir. Eine Menge Gold. Eine goldene Halskette. Eine Mondsteinrüstung. Eine Pelzrüstung. Die wir nicht brauchen. Und eine Stahlstreitachs der Funken. Also haben wir sogar Blitz und Frost gleichzeitig gefunden. Das ist doch mal lobenswert. Und. Ich weiß. Sag mal. Gibt es hier zufälligerweise noch. Irgendwo ein geheimen Schatz oder so. Also ich suche jetzt nicht danach. Aber ihr könnt es ja mal schreiben. Ich. Hab mich hier noch nie wirklich so dermaßen gut erkundet. Da haben sie also den. Ding. Dieses Ding her. Ich weiß jetzt auf jeden Fall. Dass es hier so eine komische Opferstätte gibt. Ja. Und eine Truhe. Auch mit einem Jagdbogen. Aber den Jagdbogen brauchen wir nicht. Weil wir einen besseren Bogen haben. Hm. Wir haben jetzt aber mal den Schädel aufgenommen. Vielleicht braucht man den auch für Alchemie. Ähm. Und speichern tun wir auch nochmal. Die magische Schule der Wiederherstellung konzentriert sich auf die Kontrolle der Lebenskräfte und ermöglicht das Wirken von Zaubern wie Heilung, Untote vertreiben und leichten Schutzzaubern. Und skippt. So. Da sind wir wieder. Und Feihenda hat sich immer noch nicht gemeldet bei uns. Ach. Da unten ist er. Er ist schon mal vorgegangen oder was? Er dachte mal. Nö. Das wird mir hier zu viel. Das ist zu gruselig. Und dann kam er hier hin. Ich hab hier noch nie ein Kurum in Erzader gefunden. Und wir haben keine Spitzhacke. So eine Scheiße. Egal. Haben wir sie halt nicht. Können wir auch nichts für. Sind ja auch nur Menschen. Mensch. Und das Viech da vorne werden wir jetzt killen. Warum? Weil irgendwie der Pfeil total verschwunden ist. Nochmal. So. Wir haben übrigens nur noch 10 Eisenpfeile. Aber dafür haben wir ja noch zum Glück die, äh, genau das haben. Fuchsfleisch und Fuchspelz. Wir brauchen Felle. Und wir brauchen, ja, Essen. Halt. Was ist das denn? Das ist einfach nur ein Stein. Hab mich schon gewundert. Ah, da sind die neuen Pflanzen. Die sehen ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber die gibt es nur hier. Warum eigentlich? Wahrscheinlich weil er gar nicht mal... Würde ich jetzt gerne abbauen. Mann, ey. Und dahinten ist ein Jäger-Kombane. Und ich glaube, ich hab einen Wolf gesehen. Ja. Volltreffer. Aber Wölfe sind meistens nicht alleine. Ah, ich glaube in dem Fall schon. Episches Bild. Wir haben vergessen. Schnell zu speichern, als wir ihn gelootet haben. Das war gefährlich. Hm. Und hier ist anscheinend eine Hütte. Was ist denn hier für eine Hütte? Ist das ein... Ich dachte schon, das ist ein Geldstück. Wieso haben wir schon wieder Hunger? So lange waren wir doch jetzt hier auch nicht unterwegs, oder? Oh, hier ist eine Hütte. Eine ziemlich verrumpelte Hütte. Wo aber noch jemand lebt. Guten Tag, Anise. Wer seid ihr denn? Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay. Verdammt. Das gilt als stehlen. Aber wir können trotzdem ein Buch lesen. Level up? Level up? Ey, das ist doch nicht wahr. Wieso ist das immer so knapp? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal, dass das so knapp ist. Es ist so schön, Besuch zu haben. Schon wieder ein Wolf. Wo ist er? Dort. Ein junger Wolf. Volltreffer. So, und diesmal darf ich es nicht vergessen. Also, ab jetzt sind offiziell Wölfe dazu ver... Äh... Offiziell die Ursache für Abstürze. So. Hm. Sollen wir uns noch ein paar Fische fangen? Nee. Brauchen wir nicht. Haben wir sonst hier noch was? Hirschfleisch? Brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir alles nicht. Tanninchenfleisch brauchen wir auch nicht. Wir gehen jetzt sofort ins Dorf. Ja. So, was haben wir denn hier? Da ist das schöne Dorf. Flusswald. Mit dem schön bescheuerten Namen. Der eigentlich genau das sagt, wo der Standpunkt gerade ist. Wieso sammeln wir denn nicht einfach mal Eier von Viechern? So, vielleicht kann ich euch das jetzt ja sogar zeigen. Und es ist momentan irgendwie so... Leicht. Aber wirklich nur leicht. So ein... Hey, immer noch nicht. Manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Das ist komisch. So, jetzt sind wir hier und... Was brennt denn dort? Das ist so geil. Das ist kein besonders toller Streich. Ja, und jetzt ist es uns tatsächlich möglich, mit diesen kleinen Kindern fangend spielen. Äh, fangend zu spielen. So. Ah, Meister. Dankeschön. Aber ich gehe jetzt mal in den Laden dort hinein. Ist ein ganz schön scheiß Wetter gerade wieder. Boah, uns fehlt immer nur... Immer so ein Mini. So ein richtig ganz, ganz kleines Stück an Level ab. Ey, das ist schlimm. Ah. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ja. Und rate mal, was ich bei mir habe. Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Ich habe die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden. Hahaha, das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir, meiner Schwester, einen großen Dienst erwiesen. Die sieht schon irgendwie scheiße aus, die Klaue. Naja. Scheiße im positiven Sinne. Dass wir das einfach mal so nehmen können. Und das hier ist übrigens, hier kann man schön nachlesen, was man für Zauber braucht, die wir herstellen können. Aber da wir ja kein Zauberer sind, brauchen wir das auch nicht. Hm. Moment. Das ist doch... Das ist... Survivor Guide? Auch nicht schlecht. Eigentlich ist es uns... Also eigentlich könnten wir jetzt erst richtig campen, dass uns das ordentliche Bonis gibt, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Aber wir können die Eisenpreise nehmen. Das muss mein Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Oh, und die Aeroms vielleicht können wir auch nehmen. Kostet auch nichts. Auch nicht schlecht. Aber sonst können wir hier... Den Zinkäse können wir auch nehmen. Ja, super. Das ist ja hier... Luxus. Ich verstehe immer noch nicht, warum es nicht so dunkel ist. Aber ich habe ja schon den EMB-Typen, der hier den EMB gebaut hat, habe ich ja schon gefragt, wie man das ändert. Oder ob das überhaupt möglich ist. Ja. Dann legen wir uns mal schlafen. Da unser Magen knurrt, werden wir so oder so dann morgens was essen. Wir haben ja schon was gegessen. Was kann ich für euch tun? So. Schlaf mal. Und damit sage ich... Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.